Nochmal einen schönen guten Abend. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich möchte heute sprechen über die Immuntherapie in der Hämatologie und insbesondere beim Multiple Myelom. Ich möchte gar nicht so sehr in die Tiefe gehen zur Behandlung des Multiple Myeloms und auch nicht die ganzen faszinierenden neuen Daten präsentieren, die wir jetzt in den letzten fünf bis sechs Tagen erhalten haben auf dem amerikanischen Hämatologenkongress. Zur Vertiefung dieses Themas lade ich Sie ein, am Sonntag, den 22. Mai hier nach Altona zu kommen in den Hörsaal, hoffentlich dann in persönliche Veranstaltung. Prof. Goldschmidt aus Heidelberg hat zugesagt und ich, wir werden zusammen Vorträge halten zu den Neuigkeiten zur Behandlung des Multiple Myeloms. Jürgen Martens wird von der Selbsthilfegruppe Multiple Myelom hier in Hamburg, Norddeutschland, wird das Ganze referieren. Heute ist der Schwerpunkt meines Vortrags eher die Immuntherapie. Gerade beim Multiple Myelom wird sehr viel in letzter Zeit über Immuntherapie gesprochen. Das hört sich faszinierend an bis mysteriös und deswegen will ich da ein bisschen Licht, Licht in das Ganze hineinbringen und auch mit ganz einfachen Worten vielleicht erklären, um was es dabei überhaupt geht. Hier sehen wir das Knochenmark eines Patienten mit Multiple Myelom. Und wie Sie sehen, diese roten Zellen sind erwartungsgemäß die roten Blutzellen, die Erythrozyten. Und dann gibt es welche so krumm wie Bohnen. Und da gibt es vor allem einige, die etwas größer sind, die so einen violetten Kern am Rand haben und so einen blauen Hof davor, wo der Kern etwas am Rand liegt. Das sind die Plasmazellen. Die Plasmazellen sind der Keim der Erkrankung bei Multiple Myelom. Diese Plasmazellen, die auch gesunde Patienten haben, sind eigentlich dazu da, Immunglobuline zu produzieren, Eiweiße, die zielgerichtet gegen Infektionen kämpfen sollen. Eine Plasmazelle, ein Eiweiß, ein Immunglobulin, eine Infektion. Deswegen brauchen wir so viele verschiedene Plasmazellen. Bei Multiple Myelom ist es jetzt so, dass eine dieser Plasmazellen erkrankt und sie viele, viele Babyzellen produziert, die jetzt aber plötzlich alle nur noch dasselbe Immunglobulin produzieren und das noch dazu funktionslos ist. Das allein ist noch nicht die Krankheit. Die Krankheit ist vor allem dann, wenn diese krankhaften Plasmazellen anfangen, die gesunden Plasmazellen zu unterdrücken, wodurch ein Immundefekt bei den Patienten besteht. Das ist das Wesen der Erkrankung. Aber das, was die Plasmazellen da machen, das ist schon der erste Schritt für die Immuntherapie. Sie produzieren nämlich ein monoklonales, wie wir es nennen, monoklonales Immunglobulin, was gegen ein bestimmtes Eiweiß gerichtet ist. Bei den Myelom-Patienten wissen wir meist nicht, gegen was. Meistens ist es auch irrelevant oder unwichtig. Aber dass Plasmazellen spezialisierte Eiweiße mit einer bestimmten Aufgabe produzieren können, das ist schon mal der erste Schritt der Erkenntnis, dass es so etwas überhaupt im Menschen gibt, dass der Mensch Eiweiße Immunzellen produziert. Hier sehen wir das mal, das war vielleicht eben ein bisschen kompliziert. Hier sehen wir in dem Bild links unten, können wir im Labor die Eiweiße eines Menschen oder Patienten aufteilen. Dass wir sehen, wie ist die Zusammensetzung der Eiweiße im Blut. Und wir sehen ganz links so eine hohe Zacke, das ist ganz normal, ist bei mir genauso. Das sind sogenannte Albumin. Albumin hat verschiedene Aufgaben. Aber wenn wir dann sehen, dann gibt es weiter rechts so kleine Zipfel und kleine Hügel. Und rechts, da wo diese kleine schwarze Säule ist, rechts davon ist so ein breiter, flacher Buckel. Und hier, das sind die Immunglobuline, diese Abwehreiweise, die bei gesunden Menschen von den Plasmazellen produziert werden. Dieser Buckel, der zwischen den beiden letzten Strichen, ich weiß nicht, ob Sie meinen Cursor sehen, ich hoffe es doch, ah wunderbar, zwischen diesen beiden Schritten, dieser Buckel hier hinten, hier verbergen sich, wie gesagt, diese normalen, gesunden Immunglobuline. Dieser Buckel ist deswegen so breit, weil wir, wie ich gerade gesagt habe, Tausende, aber Tausende von verschiedenen Immunglobulinen normalerweise produzieren. Und der Buckel ist auch ganz flach, weil wir von jedem einzelnen Immunglobulin immer nur so ein bisschen produzieren. Bis zum Beispiel eine Virusinfektion auftritt und dann die bestimmten Plasmazellen, die gegen dieses Virus gerichtet sind, aktiviert werden und etwas mehr produzieren. Das sieht dann möglicherweise so aus, wie bei diesem Bild hier links unten, dass von dieser einen Sorte etwas mehr produziert wird. Das ist dieser kleine schwarze Fleck. Rechts oben sieht es, so sieht es aus bei einem Patienten mit einem multiplen Myelom. Da wird von diesem einen Eiweiß, von dieser einen Sorte Eiweiß ganz, ganz viel produziert. Wir haben diesen ganz hohen schwarzen Strich und diese schwarze Säule und das ist das, was einem sofort ins Auge springt. Aber das Wesen der Krankheit ist eigentlich viel unscheinbarer, nämlich dass dieser Buckel, der normalerweise rechts davon liegt, verschwunden ist. Das heißt, das normale Immunsystem bei diesem Patienten, diese Art von Immunsystem ist verschwunden. Das sind die Antikörper, das nennen wir hier die serologische Abwehr. Es gibt auch noch eine Abwehr über die Zellen, eine zelluläre Abwehr. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber zunächst einmal, wo kommen wir her? Warum ist es jetzt plötzlich so neu? Warum sprechen alle darüber, was ist überhaupt das Neue und Aufregende an der Immuntherapie? Hier sehen Sie, oder habe ich Ihnen mal eine Tabelle reinkopiert zur Behandlung des multiplen Myeloms. Das multiplen Myelom ist schon lange bekannt, kann man bestimmt schon seit 150 Jahren oder zumindest wurde schon darüber berichtet. Und vor 150 Jahren war die Medizin in weiten Teilen noch geprägt von Naturmedizin. Dementsprechend wurden die Patienten damals mit Rhabarber und Orangenschalen behandelt. Oder Eisen oder Extrakten aus der China-Rinde. Alles in allem unwirksam. Dann passierte etwa 100 Jahre nichts, bis bedingt durch, vielleicht ein bisschen böse jetzt gesagt, durch schlechte Erkenntnisse. Nämlich man hat im Ersten Weltkrieg Gifte eingesetzt, um gegnerische Soldaten zu schädigen, im schlimmsten Fall umzubringen. Eigentlich in den Ärzten fiel auf, dass diese Soldaten ein Defekt des Immunsystems entwickelt haben, dass diese Soldaten keine weißen Blutzellen mehr haben und haben daraus gemutmaßt, aha, man kann diese Substanz, die in diesen Giften, die da versprüht wurden, drinstecken, vielleicht einsetzen, um gegen Erkrankungen zu kämpfen, bei denen die weißen Blutzellen erhöht sind. Schlaue Idee, hat sich aber dann erst in den Zeiten nach der Kriege, während der Kriege hat man ganz andere Sorgen gehabt, aber danach haben sich dann Ärzte daran erinnert und es weiterentwickelt, diese Substanz so, um zu bestalten, dass sie immer noch wirksam ist gegen bestimmte Erkrankungen der weißen Blutzellen, aber auf der anderen Seite auch nicht mehr so giftig, dass man davon allzu großen Schaden nimmt. Das Erste war dann dieses Uretan, was wir hier stehen haben, was in den 40ern die Standardtherapie bei Multiple Myeloms. Warum sage ich das? Zu dem Zeitpunkt war unser einziges Bestreben, das Immunsystem zu zerstören, alles zu zerstören. Man hat ja nicht nur das kranke Immunsystem zerstört, sondern auch das gesunde Immunsystem. Bei diesem Uretan, was wie gesagt über mehrere Jahre Standardtherapie war, war auch eine ganz tragische Geschichte, weil man hat dann irgendwann mal eine vergleichende Studie durchgeführt, eine randomisierte Studie, wo man das Uretan verglichen hat mit Sirup, Cola-Sirup. Und das Ergebnis war so, dass es günstiger war für die Patienten, dass sie Cola-Sirup angenommen haben als diese Chemotherapie. Deswegen ist auch so unglaublich wichtig, dass wir Studien machen, auch wenn wir von der Therapie noch so sehr überzeugt sind, müssen wir diese vergleichenden Studien machen. Das ist in Deutschland ja auch die Voraussetzung in der Regel für die Zulassung für neue Medikamente, dass man nicht nur sieht, dass sie wirken, sondern auch einen Eindruck bekommt, wie viele Schaden richten sie an. Und nur wenn das Verhältnis günstig ist, das Verhältnis von Schaden zu Wirkung, nur dann soll dein Medikament zulassen werden. Etwa zehn Jahre später kam das Melfalan, was eine ähnliche Wirksamkeit hat, aber da haben wir dann in Studien gesehen, dass es eben wirksam ist. Seit 1962 etwa haben wir das dann eingesetzt. Ende der 60er Jahre kamen noch die Steroide, Cortison dazu. 1969 war er Standard, Cortison und eine Chemotherapie einzusetzen. Und daran änderte sich dann 30 Jahre lang nichts. Das war die Standardtherapie. Alles, was sich in den 30 Jahren getan hat, war, dass man das Melfalan, diese Chemotherapie, in der Dosis gesteigert hat, was dann irgendwann notwendig machte, dass man das Knochenmark ersetzen musste, indem man dem Patienten das Knochenmark entnommen hat. Heutzutage machen wir das nur über Stammzellen aus dem Blut und dann wieder zurückgegeben hat. Aber noch einmal, die Therapie bestand einzig und allein darin, alles kaputt zu machen, in der Hoffnung, dass sich der gesunde Teil des Immunsystems dann wieder schneller erholt und dass der kranke Teil keinen Schaden anrichten kann, wie Sie ja alle wissen wahrscheinlich, keinen Schaden anrichten an Knochen, Blutbildung oder Niere. Trotzdem war das intellektuell jetzt nicht der allergrößte Sprung. Insbesondere, man fand nichts anderes. Man hat dann erst durch eine zufällige Entdeckung Ende der 90er Jahre gesehen, dass Kontergan, wir nennen das heute Thalidomid, das Kontergan aus den 60ern, was damals diese Katastrophe ausgelöst hat, bestimmte Botenstoffe beeinflusst, die dazu führen, dass Plasmazellen am Wachstum gehemmt werden. Man dachte dann, das würde damit zusammenhängen, dass dieses Kontergan, die Ankyogenese hemmt, also das Aussprießen von neuen Blutgefäßen. Das war ja auch der Grund, warum diese Kinder in den 60ern damals diese verkürzten Arme und Beine hatten. Aber im Laufe der Zeit gewann man zunehmend den Eindruck, dass es möglicherweise eher daran liegt, dass diese Substanz und dann auch ihre Nachfolgesubstanzen wie Revlimit und Pomalidomid das Immunsystem des Patienten dergestalt modulieren, dass es die bösen Zellen erkennt und attackieren kann. Wir haben nämlich dieses Immunsystem nicht nur, um uns gegen Eindringlinge von außen, Infektionen, um zur Wert zu setzen, sondern unser eigenes Immunsystem kann sich auch gegen unseren eigenen Körper richten. Wir kennen das zum Beispiel bei Rheuma, wo sich körpereigene Abwehrzellen gegen Gelenk oder Gelenkinnenstrukturen zur Wert setzen. Das ist in dem Fall schädlich und wir behandeln zu dem Zeitpunkt dann auch tatsächlich mit Cortison oder besser mit Steroiden. Aber grundsätzlich sind diese, ist unser Körper in der Lage, gegen auch körpereigene Zellen zu kämpfen und vor allem auch Zellen, die dem Körper Schaden zufügen können, nämlich bösartige Zellen. In unserem Körper entstehen jeden Tag Milliarden und Abermilliarden von neuen Zellen und da gibt es auch mal Zellen, die nicht richtig funktionieren oder sogar schädlich sein können. Dafür ist auch ein Teil des Immunsystems zuständig, diese Zellen dann zu beseitigen oder abzutöten oder die Zellen dazu zu bringen, dass sie sich selbst auflösen. Wie gesagt, dieses Phänomen hat man erkannt. In der Folge hat man dann auch weitere Substanzen entwickelt, wie Revlimid und Pomalidomid, die diesen Effekt besser konnten als die Ursubstanz, das Talidomid. An der Stelle nochmal, was macht Chemotherapie? Chemotherapie gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Die Chemotherapie ist vor allem eins, sie ist nämlich ziemlich unspezifisch. Sie richtet sich vor allem gegen sich schnell teilende Zellen, also Zellen der Blutbildung. Das könnte bei erkrankter Blutbildung ja vielleicht nochmal hilfreich sein, aber halt auch Mundschleimhaut oder Schleimhäute allgemein die Haarfollikel, weswegen die Haare dann ausfallen und all diese Dinge, die wir gar nicht haben wollen. Und bei Chemotherapien ist es meist so, viel hilft viel. Die 90er waren geprägt von viel hilft viel. Jeder wollte ein großes Auto fahren und die Ärzte, die Chemotherapie verabreicht haben, haben gesagt, wenn das nicht hilft, dann geben wir halt das Doppel- und Dreifache davon. Wodurch diese Hochdosis-Therapie auch einen Siegeszug hatte bei ganz vielen anderen Erkrankungen, wo wir das heutzutage so gut wie nicht mehr machen, zum Beispiel bei Mammakarzinom, bei Brustkrebs. Aber das war eine Sackgasse. Diese klassische Chemotherapie, die nur Hauptsache alle möglichen Zellen zerstört, die brachte uns nicht mehr viel weiter. Wir setzen die heute noch gezielt ein, aber der größte Teil der Therapie bei Lymphom und bei Multiple Myeloma sind keine klassische Chemotherapie mehr. Die Idee, das körpereigene Immunsystem zu nutzen, um eine Erkrankung, eine bösartige Erkrankung des Patienten zu bekämpfen, ist auch nicht sonderlich neu, wie Sie hier sehen. Ich habe den Artikel hier absichtlich mal so im Original gelassen. Und Sie sehen, der Artikel ist schon 50 Jahre alt. Und da schreibt der Autor damals, vor 50 Jahren schon, dass es im Serum, also Serum ist der Bestandteil des Blutes ohne die Blutzellen, im Serum, aber auch über die Zellen, über Abwehrzellen, über Immunzellen des Körpers selbst gesteuerte immunologische Effekte gibt, die dazu führen, dass der Krebs, die Tumorzellen des Patienten abgetötet werden, durch ihn selbst. Und das hat man in zunehmend mehr Tumoren gesehen. Und genau diese Begriffe, die wir da heute wählen, da hier steht was von einem Antigen und von einem Antikörper, genau das sind die Punkte, die wir heutzutage auch nutzen im Rahmen dieser Immuntherapie. Aber 50 Jahre ist viel, aber noch viel länger her, sind die Erkenntnisse von Paul Ehrlich. Paul Ehrlich hat vor 120 Jahren Zellen markiert, angefärbt. Und das aufgrund von Oberflächeneiweißen, also Zellen. Wir sehen hier verschiedene Zellen, die Paul Ehrlich damals selbst gemalt hat, diese vier Zellen. Diese vier Zellen sind unterschiedliche Zellen und jede Zelle im Körper hat Eiweißkörperchen hier in der Oberfläche, damit die Zellen sich gegenseitig erkennen. Und die Zellen auch erkennen, gehört diese Zelle zu uns oder ist sie fremd, ist sie vielleicht feindlich, dass sie attackiert werden muss. Und das funktioniert mit diesen Eiweißkörperchen. Hier, da steht jetzt Toxin, aber diese Eiweißkörperchen, die wie so eine Gabel aussehen. Das können auch solche Antikörper sein, zu denen ich gleich komme. Das funktioniert wie so ein Schlüssel- und Schlossprinzip. Ein Antikörper, der, wie gesagt, zum Beispiel von Plasmazellen produziert wird, aber natürlich als Medikament eher von der Pharmaindustrie und gentechnologisch hergestellt wird, der ist genau fabriziert, dass er an eine Bindungsstelle auf einer Zelle passt. Paul Ehrlich hat es schon erkannt, dass unterschiedliche Zellen unterschiedliche Eiweißstrukturen an der Oberfläche sogenannte Antigene haben. Diese Antigene sind die Markierung einer Zelle, ganz viele verschiedene, tausende von diesen Eiweißkörperchen auf der Oberfläche, damit die sich gegenseitig erkennen. Und gegen diese Antigene ist es möglich, Antikörper zu produzieren. Die Idee, wie gesagt, ist uralt, ist über 100 Jahre alt. Und Paul Ehrlich sagte, wenn das denn möglich wäre, dann hätte man doch so was wie die Zauberkugeln. Kennen Sie alle vom Freischütz? Zauberkugeln, sie schießen einfach ab und die Kugel findet von allein ihr Ziel und der Rest ist vor allem nicht in der Schusslinie. Und das ist das, was wir heutzutage mit Antikörpern machen können, dass wir im Labor hergestellte Eiweißkörperchen haben, Antikörper, die derart konfiguriert sind, dass sie Oberflächenstrukturen auf Zellen erkennen. Und wie gesagt, Paul Ehrlich hat schon gesagt, unterschiedliche Zellen haben unterschiedliche Eiweißstrukturen an der Oberfläche. Und das ist das Geheimnis, was wir uns in der Immuntherapie zunutze machen. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Was macht das Immunsystem? Was kann das Immunsystem unter anderem? Es erkennt eigen und fremd. Wenn Zellen, wenn fremde Zellen im Organismus sind, dann erkennt es das und die werden dann in der Regel attackiert. Das ist zum Beispiel bei einer Nierentransplantation. Ein Patient bekommt von einem Spender eine Niere und wenn wir das Immunsystem sich selbst überlassen würden, würde das Immunsystem die Niere als fremd erkennen und diese attackieren, bis die Niere kaputt ist. Deswegen müssen wir in so einer Situation im Rahmen einer Organtransplantation das Immunsystem bremsen, damit dieses neue Organ überhaupt akzeptiert wird. Es gibt aber, und das ist total faszinierend, auch Situationen, wo der Körper sein eigenes Immunsystem selbst zu bremsen in der Lage ist. Zum Beispiel eine schwangere Frau hat einen Organismus in sich, der genetisch nicht ihrem Körper entspricht, nämlich nur zur Hälfte. Zur Hälfte entspricht er ja bekanntermaßen der Genstruktur des Vaters. Und trotzdem wird der Embryo nicht regelhaft abgestoßen. Also der Körper ist auch in der Lage, gewisse Fremdstrukturen zu akzeptieren. Das machen sich leider auch Tumorzellen zunutze, indem sie der Beobachtung oder der Entdeckung oder der Bekämpfung durch das körpereigene Immunsystem des Patienten sich entziehen. Als erstes diese Antigene. Antigene sind diese Strukturen an der Zelloberfläche. Ich habe es gesagt, aber ich sage es auch bestimmt noch einmal, weil es einfach so wichtig ist zum Verstehen, was das Immunsystem eigentlich tut. Die Zytokine sind Botenstoffe, die bestimmte Aktivitäten steigern, aber auch bremsen können im Immunsystem. Und zwar, wie hier in der nächsten Zeile, das ist eine Steuerung. Es kann das Immunsystem aktiviert werden, also quasi wie Gas geben beim Auto. Man kann aber auch bremsen. Und da gibt es noch sogenannte Immuncheckpointe. Da haben diese Zellen auch wieder so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, eine Struktur, wo man die Aktivität dieser Immuneffektorzellen, wie wir sie nennen, blockieren, bremst kann. Und das ist das, was eigentlich die Tumorzellen tun. Und diesen Angriff an diese Immuncheckpoints, die können wir auch mit einem Medikament blockieren, dass die Hemmung des Patientenimmunsystems durch die Tumorzelle blockiert wird und damit das patienteneigene Immunsystem wieder aktiv werden kann und sich gegen den Tumor wehren kann. Dann gibt es die Antikörper. Die werden produziert von sogenannten Lymphozyten, die wir von einer anderen Erkrankungsart, den Lymphomen kennen. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Lymphomen. Auch die können zumindest, wenn sie reifer sind, Antikörper produzieren. Aber typischerweise werden Antikörper produziert von der reifesten Form dieser Lymphozyten, den sogenannten Plasmazellen. Dann gibt es aber, und das ist was nicht ganz Neues, aber therapeutisch was komplett Neues, sogenannte Effektorzellen. Das ist das, was wir jetzt schon seit in der Hämatologie setzen wir mit Erfolg seit etwa 25 Jahren Antikörper ein, gerade bei den Non-Hodgkin-Lymphomen mit dem sogenannten Rituximab, ein gegen CD20 gerichtete Antikörper. Das machen wir seit, wie gesagt, fast 25 Jahren. Ich selbst habe vor 22 Jahren meinen ersten Vortrag darüber gehalten. Das ist, machen wir schon länger. Das ist relativ einfach. Aber es gibt auch die Erkenntnis, dass das Immunsystem auch über andere Zellen funktioniert, sogenannte T-Zellen, die auch eine Markierung an der Oberfläche haben und auch die Markierung der Tumorzellen erkennen. Und wenn die beiden zusammenfinden, auch einen Effekt auslösen, dass auch patienteneigene Zellen Tumorzellen abtöten können. Und das möglicherweise noch stärker und viel besser und aktiver, als wenn wir jetzt solche Antikörper produzieren. Die tun ihren Job, aber werden dann im Laufe der Zeit auch wieder abgebaut und man muss sie ständig nachfüllen. Während bei diesen T-Lymphozyten hat man die Hoffnung, dass sie sich halt selbst vermehren und dieser Effekt am Laufen gehalten wird. Es gibt dann auch solche Zellen, die vom Namen schon ahnt man, die sind nicht gut für den Tumor. Also natürliche Killerzellen oder Makrophagen. Makrophagen auf deutsch übersetzt heißt große Fresszelle. Das sind also Zellen des Körpers, die dazu da sind, Zellen, die uns sonst Schaden zufügen können, abzutöten oder aufzufressen. Und dann gibt es noch, und das ist dann, dann wird es richtig kompliziert, das Kompliment. Kompliment ist ein kompliziertes Wechselspiel von einer ganzen Vielzahl von Eiweißen, die sich gegenseitig aufbauen und immer mehr dazu führen können, im Endeffekt, dass auch die Tumorzellen attackiert werden, die Wand der Tumorzellen aufgelöst wird und dadurch Flüssigkeit in Tumorzellen eindringt, die dann regelrecht platzen. Also ganz viele verschiedene Stellen, womit wir ausgestattet sind, um uns eigentlich gegen bösartige Zellen zu wehren. Aber wie wir alle leider wissen, das funktioniert nicht immer. Aber grundsätzlich die Werkzeuge dazu haben wir. Und jetzt geht es darum, diese zu verbessern oder wiederherzustellen, weil sie ja irgendwas verlernt haben, was sie mal konnten. Ganz wichtig. Vielleicht ist es doch nicht so einfach, wie ich zwischenzeitlich behauptet habe, was ist die Voraussetzung, damit Antikörper als Medikament funktionieren? Als erstes wäre es natürlich schön, dass wenn diese Antikörper, wir haben das vorhin gesehen bei dem Bild von Paul Ehrlich, das sind diese kleinen Strukturen, die aussehen wie eine Gabel, die sich ihre richtige Zelle suchen, wo sie genau darauf passen, dass wenn sie denn ihre Zelle gefunden haben und an die binden, wäre es natürlich jetzt schön, dass auch irgendwas passiert. So banal wie das klingt, das ist gar nicht immer so. Also wir kennen durchaus Situationen, da haben wir Medikamente, wir haben solche Antikörper, die finden tatsächlich ihre Zelle, aber es passiert nichts. Die binden da, aber die Zelle wird nicht attackiert. Es gibt andere Antikörper, da funktioniert das. Deswegen muss man viel Forschung betreiben, dass man Antikörper findet, bei denen ein Effekt direkt ausgelöst wird. Und es gibt dann verschiedene Methoden, wo diese Antikörper entweder direkt dazu führen, dass die Tumorzelle stirbt oder indirekt, dass diese Antikörper bindet an die Tumorzelle und dann Hallo schreit, Hallo an die anderen Immuneffektorzellen wie halt Makrophagen oder an diese Eiweißstruktur, dieses Komplement, um mitzuhelfen. Dadurch wird diese Plasmazelle, die sich zuvor getarnt und versteckt hat, markiert und das Immunsystem, das patienteneigene Immunsystem wird aufmerksam und attackiert jetzt diese bösen Zellen, die dadurch absterben. Also nicht gar nicht unbedingt direkt, sondern so ein indirekter Effekt. Aber halt auch das Immunsystem per se wird moduliert, das heißt wieder, wieder, wieder erweckt, würde ich mal sagen. Es hat offensichtlich so die Lebensfreude verloren und ist eingeschlummert. Und das wiederherzustellen, dass das Immunsystem wieder aktiviert wird, das sind Aufgaben von diesen Antikörpern. Aber manchmal, und begnügt sich so ein Antikörper damit, einfach nur die bösen Zellen zu markieren, dass irgendwann mal eine andere Immuneffektorzelle zufällig vorbeikommt und dann die Myelomzelle attackiert. Damit haben wir uns natürlich nicht zufrieden gegeben, sondern die Entwicklung ging weiter. Wichtig nochmal für die Voraussetzung für den Einsatz von Antikörpern, was ich gesagt habe, dass halt irgendein Effekt ausgelöst wird, ist wichtig. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück, was mindestens genauso wichtig ist, ist, wir wollen böse Zellen abtöten. Diese bösen Zellen sind unsere Zellen. Diese Zellen sind Zellen des Patienten, die hat er selbst produziert. Und die unterscheiden sich nicht immer komplett von patienteneigenen Zellen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Oberflächenstruktur, die wir da attackieren, einzigartig ist auf den Tumorzellen. Es wäre ja katastrophal, wenn diese Oberflächenstruktur auf irgendwelchen lebensnotwendigen anderen Organen auch wäre. Wenn ich einen Antikörper einsetze, mit dem Ziel, Zellen abzutöten und diese Oberflächenstruktur nicht nur auf Tumorzellen ist, sondern auch auf Herzmuskelzellen. Das wäre nicht schön, weil dadurch hätte der Patient ja sehr wohl auch Nebenwirkungen. Deswegen ganz wichtig, erster Schritt, diese Antigene, die wir mit den Antikörpern attackieren, müssen einzigartig sein für die Tumorzelle. Zweiter Punkt ist ganz wichtig, dass am besten alle dieser Tumorzellen diese Antigene, dieses einheitliche Antigen trägt, welches wir dann mit dem Medikament attackieren können. Weil wenn es nur 30 Prozent der Tumorzellen tragen, dann habe ich, wenn es gut läuft, 30 Prozent der Tumorzellen abgetötet und 70 Prozent leben weiter. Deswegen auch da muss man, muss die Forschung untersuchen, auf welchen Tumorzellen, auf welche Strukturen sind, auf allen Tumorzellen drauf. Aber die Tumorzelle ist auch nicht ganz dumm. Auch die Tumorzelle hat verschiedene Ideen oder bestimmte Abwehrmechanismen, die sie im Lauf ihres Lebens entwickelt oder weil es halt viele tausend, viele Millionen Tumorzellen sind, sich in diesem Verbund der Tumorzellen entwickeln. Zum Beispiel ist es möglich, dass die Tumorzelle, wenn sie merkt, dass wir ihr Oberflächenantigen, also ihre Erkennungsmarke attackieren, dass sie diese Erkennungsmarke nach innen in die Zelle hereinzieht, dass man es an der Oberfläche nicht mehr erkennt. Dass der nächste Antikörper, der kommt, diese Oberflächenantigen nicht erkennt und dann an der Zelle vorbeischwimmt. Wir oder die Wissenschaft und die Industrie haben sich das zunutze gemacht, indem wir mittlerweile an Antikörper Chemotherapie koppeln. Das ist ein gekoppelter Antikörper, das ist im Prinzip so, wir haben nicht mehr nur ein Eiweißstück, welches die Zelle auffindet, sondern dieser Antikörper hat jetzt quasi im Rucksack noch eine Chemotherapie. Der findet die Plasmazelle, dockt dort an, die Plasmazelle will sich wehren, zieht diesen Verbund aus Antigen und Antikörper mit, merkt nicht, dass da noch eine Chemotherapie dranhängt und die Chemotherapie wirkt dann in der Plasmazelle und eben nicht im ganzen Organismus, wie wir das früher gemacht haben, dass wir die Chemotherapie einfach ins Blut haben laufen lassen und alle Organe durchströmt waren mit der Chemotherapie. Durch dieses Gekoppeltsein an Antikörper ist es möglich, zielgerichtet die Chemotherapie zu verabreichen. Aber ich habe zuvor gezeigt, dass es nicht einfach ist, solche Strukturen zu finden. Es gibt relativ wenig Erkrankungen, bei denen es funktioniert. Bei Multiple Myeloma funktioniert das jetzt seit einigen Jahren. Und deswegen erleben wir jetzt gerade eine Tsunami, eine regelrechte Riesenwelle mit diesen Immuntherapien, weil wir haben einen Dammbruch erlebt, es war erkannt worden, es funktioniert und jetzt versuchen unzählige Firmen, sich zu überschlagen mit noch besseren Produkten. Also das eine ist dieses Hereinziehen in die Zelle, was wir uns aber als Gegenmaßnahme wieder zu nutzen machen, um damit sogar Chemotherapie in die Tumorzelle transportieren zu lassen. Das Nächste ist, dass die Tumorzelle diese Oberflächenstrukturen abwirft. Die merkt, oh ich werde angegriffen wegen meiner Markierung an der Oberfläche, da werfe ich die doch mal ab. Aber auch dagegen haben wir mittlerweile Medikamente, die dieses Abschilfern blockieren können, dass die Zelle diese Oberflächenstruktur nicht abscheiden kann. Dann gibt es, es werden ja ständig neue Tumorzellen produziert, kann es auch mal sein, dass die Tumorzelle oder eine von diesen Millionen von Tumorzellen aufgrund eines weiteren genetischen Defektes dieses Oberflächenantigen, diese Markierung nicht mehr produziert. Ist so. Kann mal sein, so wie es in einer Schafherde mit weißen Schafen auch mal ein schwarzes Schaf gibt, gibt es auch eine Tumorzelle, die diese Oberflächenmarkierung nicht trägt. Mit unserem Medikament töten wir alle anderen Plasmazellen oder Tumorzellen ab. Übrig bleibt diese Zelle, die sich vermehrt, setzt sich durch und plötzlich haben wir eine Erkrankung mit Plasmazellen oder Tumorzellen, die diese Markierung nicht trägt. Ist tatsächlich ein Problem. Deswegen ist es sinnvoll, praktisch, entweder Schritt für Schritt weitere Substanzen einzusetzen mit einem anderen Wirkmechanismus oder von vornherein die Therapie schon zu kombinieren, dass sich diese Selektion von dann nicht mehr anzugreifenden Plasmazellen erst gar nicht ausbildet. Und das Dritte, was möglich ist, ist, dass diese Antigene verändert werden, dass die nicht mehr so wunderschön sind und dass diese Bindung nicht mehr richtig funktioniert. Und da ist es dann wichtig, dass man dann andere Antikörper hat, die dann wieder besser binden oder an der Stelle an diesem Antigen, man muss sich dieses Antigen vorstellen, dass es eine größere Struktur, eine größere Struktur und der Antikörper bindet an der einen Seite, am kleinen Finger jetzt in meinem Fall. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann produzieren wir einen Antikörper, der an der anderen Seite anbindet und dann wieder funktioniert. Das Wichtigste ist, also wie gesagt, der erste Schritt ist, dass diese Oberflächenmarkierung zu den bösen Zellen passt. Und hier habe ich mal ein schönes Bild von Anja Sechinger aus Heidelberg. Die hat mal gezeigt bei so einer Oberflächenmarkierung, dem sogenannten BCMA, so heißt es halt, dieses Oberflächeneiweiß. Und das ganz viele Zellen hier links, das sind alles verschiedene Zellarten und die haben das fast in der Größenordnung von Null. Auf diesen ganzen Zellen, da ist es nicht drauf. Aber hier ganz oben rechts, MM, das sind die Myelomzellen. Und da ist es mit einem Faktor 1000 oder 10.000-fach stärker drauf als auf anderen Zellen, wodurch das halt eine einzigartige Oberflächenmarkierung ist. Und dieses Antigen auf der Oberfläche, das ist jetzt im Moment heiß umkämpft. Da gibt es ganz viele Wege dorthin, die zu attackieren. Da sage ich gleich noch zwei Sätze dazu. Auf verschiedenen Wegen kommen wir dorthin. Es ist nicht mehr so, wie vor fünf Jahren noch, dass wir nur Antikörper hatten, um so eine Struktur, die sehr erstmal zu finden gilt und wie gesagt, bei vielen Erkrankungen gar nicht gefunden wird. Sondern wir haben nicht nur die Antikörper, wir haben das Zweite, was ich gesagt habe, diese gekoppelten Antikörper. Und wir haben auch jetzt noch diese Immuneffektorzellen, die direkt wirken, wo nicht das, was eine Zelle produziert, den Angriff durchführt, sondern die Zelle selbst die Tumorzelle attackiert. Das ist übrigens auch, wenn Sie das gehört haben, bei der Corona-Impfung, da fragen ja viele nach dem Titer. Wie ist mein Titer? Und der Titer sind im Prinzip diese Antikörper, die die Patienten oder die menscheneigenen Plasmazellen produzieren, die aktiviert werden, um gegen das Coronavirus zu kämpfen. Das ist dieser Titer. Das sind diese von B-Zellen produzierten Antikörper. Aber es gibt noch weitere Wege der Immunabwehr, nämlich die sogenannten T-Zellen, die keine Eiweiße produzieren, sondern selbst als Zelle die Viren zum Beispiel attackieren. Und das ist ein Weg, ein hocheffektiver Weg des Immunsystems, den wir aber mit einem Titer nicht messen. Das heißt also, wenn Sie geimpft sind, wenn Sie ein, zwei, drei, vier Mal geimpft sind gegen Coronavirus und haben keinen Titer oder der Titer ist niedrig, heißt das nicht, dass die Therapie komplett nutzlos war. Das heißt, nur dieser eine Weg über die Antikörper scheint weniger ausgeprägt zu sein. Das heißt nicht, dass nicht die anderen Wege mit den Immuneffektorzellen sehr wohlwirksam ist. So, jetzt mal ein Beispiel. Wir haben hier eine ganz, ganz wichtige Studie. Das ist die bahnbrechende Studie in den letzten drei, vier Jahren gewesen, die die Erstlinienbehandlung des multiplen Myeloms bei älteren Patienten revolutioniert hat. Bei dieser Therapie setzen wir ein Revlimit und Dexamethasone. Ich habe gesagt, das Revlimit ist ein sogenannter Immunmodulator. Den kennen wir schon oder ist zugelassen seit 2006, glaube ich. Und setzen es dort ein, auch als Erhaltungstherapie nach Hochdosis. Da setzen wir sogar ein ohne Kortison. Weil allein dieser immunmodulierende Effekt führt dazu, dass nach der Hochdosis der Rückfall um Jahre verzögert wird durch den Einsatz niedrig dosierten Revlimits, was wie gesagt alleine in der Lage ist, das patienteneigene Immunsystem derart zu modulieren, dass es wieder mehr oder besser aufpasst und dass ihm die Plasmazellen nicht mehr so leicht durch die Lappen gehen, sage ich mal. Das war der Standardarm. Das machen wir jetzt schon seit einigen Jahren. Hier unten dieses gelbe Fenster. Oben drüber, das ist jetzt die Kombination aus Revlimit-Dexamethasone, zusätzlich ein Antikörper. Sehr prominenter Antikörper, der im Moment sehr, sehr gerne eingesetzt wird bei der Behandlung des multiplen Myeloms. Das ist das Daratumumab. Daratumumab ist ein sogenannter CD38 Antikörper. Wir haben die ganzen Proteine, also ganz unglaublich viele Proteine, die es so gibt im Körper, die stehen in der großen Liste und fangen vorne an mit CD und hinten kommt eine Zahl und das ist einfach der Name dieses Proteins. Und hier in dem Fall ist das CD38 und dieses Daratumumab ist ein CD38 Antikörper. Und diese beiden therapeutischen Ansätze hat man jetzt kombiniert. Das gelbe, die Immunmodulation und bei dem roten noch zusätzlich ein Antikörper. Das Daratumumab alleine in weit fortgeschrittener Therapielinie, also alleine, führt dazu, dass die Patienten eine krankheitsfreie Zeit von ernüchternden drei bis vier Monaten haben. Durch die Hinzunahme, hier in der Erstlinienbehandlung, wir sehen hier unten die Standardtherapie, führt dazu, dass die Patienten knapp drei Jahre krankheitsfrei waren. Und durch die Kombination, hier oben drüber kann man das sehen, da hat man geguckt, nach 60 Monaten. Nach 60 Monaten waren noch 52 Prozent rückfallfrei am Leben. Das heißt, die neue krankheitsfreie Zeit durch die Kombination dieser beiden Therapien hat das Ganze um etwa zwei Jahre verlängert. Also nicht mehr als Einzelsubstanz drei, vier Monate, sondern durch eine sinnvolle, durch eine schlaue, durch eine erfolgreiche Kombination haben wir die Krankheitsfreiheit zusätzlich um zwei Jahre verlängert können. So ist es, dass bei älteren Patienten mit dieser Therapie als Erstlinientherapie das mittlere krankheitsfreie Überleben, nicht das Gesamtüberleben, das ist viel länger, sondern das mittlere krankheitsfreie Überleben, mittlere heißt der 50. von 100 Patienten, 50 kriegen früher ihren Rückfall, aber 50 Prozent auch später. Dass das mittlere krankheitsfreie Überleben mittlerweile über fünf Jahre ist. Über fünf Jahre. Und das nicht irgendwie bei jungen, topfitten Patienten, sondern bei Patienten, ich habe es hier unten drunter geschrieben, die im Durchschnitt 73 Jahre alt waren. Etwa knapp die Hälfte der Patienten waren über 75 Jahre alt, 75 bis 90 Jahre. Das zweite Beispiel sehen Sie hier, unsere eigenen Studien, wo wir als Basis eine Kombination eingesetzt haben mit Bordezmib, Revlimid und Dexamethason und die Patienten anschließend mit Hochdosis behandelt haben. Das ist eine Standardtherapie bei jüngeren Patienten. Und hier haben wir jetzt auch ein Antikörper dazu addiert, das Elotuzumab. Elotuzumab ist ein ganz anderer Antikörper, der ist gegen eine andere Oberflächenstruktur vorgerichtet. Und Elotuzumab ist ganz faszinierend. Während Daratumumab als Einzelsubstanz ja wirkt, es wirkt zwar nicht so viel wie in der Kombination, aber das Daratumumab allein ist in der Lage, die Plasmazellen abzutöten oder abtöten zu lassen mit Hilfe anderer Immuneffektorzellen. Bei dem Elotuzumab ist es so, das markiert die Plasmazellen in Anführungsstrichen nur. Da passiert sonst nichts. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das Elotuzumab, diese Antikörper alleine, markiert zwar die Plasmazellen, aber sonst passiert nichts. Wir haben bei den ersten Versuchen zu dieser Substanz keinerlei Effekt gesehen. Die Firma war kurz davor, das Medikament zurückzuziehen, bis man dann gesehen hat, man muss einen Immunmodulator dazu geben, nämlich Revlimid oder Pomalidomid. Und plötzlich wurde durch die Kombination aus Elotuzumab und Pomalidomid zum Beispiel das krankheitsfreie Überleben bei Patienten, die stark vorbehandelt waren, gesteigert von viereinhalb Monate auf zehn bis elf Monate. Also in dieser Kombination war das hochwirksam. Wir haben jetzt überlegt, dass wir diese Substanz von vornherein schon einsetzen, auch wieder bei Erstbehandlung, in dem Fall Erstbehandlung von jüngeren Patienten. Wir haben diese Studie durchgeführt und haben sie jetzt gerade ausgewertet und festgestellt, das war gar nicht so. Bei der Erstbehandlung hat diese Substanz scheinbar keinen zusätzlichen Effekt. Die Patienten hatten auch keine Verlängerung ihres progressionsfreien Überlebens, obwohl das zum Zeitpunkt des Rückfalls sehr gut funktioniert, hat es hier vorne gar nicht funktioniert. Die Patienten hatten auch keinen Nachteil. Es ist einfach gar nichts passiert. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich ein Medikament nur einsetzen, wenn es irgendeinen Sinn macht und irgendjemand hilft. Aber wir haben jetzt, und deswegen ist es so extrem wichtig, Studien zu machen. Ich kann mich nur wiederholen. Nur von wegen, das wird schon so sein. Da sind wir schon mal auf die Nase gefallen in den 40ern mit dem Urutan. Ich habe es erzählt, was sogar noch schädlich war. Nicht nur nicht nützlich, sondern auch schädlich. So ist es bis heute so, dass wir Studien durchführen müssen, um das zu beweisen, wovon wir alle überzeugt sind. In dem Fall hier hat es nicht funktioniert. Aber dieselbe, dasselbe Medikament zum Zeitpunkt des Rückfalls ist plötzlich hocheffektiv. Ich komme schon langsam zum Ende. Ich habe Ihnen bis jetzt die Prinzipien erklärt, der Immuntherapie. Die Immuntherapie bestand im Moment aus den Immunmodulatoren und Antikörpern. Antikörpern, die man direkt herstellt. Das ist im Prinzip so eine passive Angelegenheit. Das ist ein Antikörper, der wird bei der Pharmafirma hergestellt, verabreicht über eine Infusion, sucht sie die Plasmazelle, Plasmazelle tot. Antikörper verbraucht, Effekt weg. Und jetzt sind wir, machen wir die nächsten Schritte, dass wir nicht nur Antikörper vermittelte Therapien durchführen, sondern halt jetzt zunehmend auch diese Zellvermittelten, dass die Zellen selbst die bösartigen Zellen attackieren und dadurch, dass sie das tun, sich selbst vermehren. Weil sie sehen, da ist ein Job zu tun, da besteht Not, da muss ich was tun, da vermehre ich mich. Diese Antikörper sind ja sehr passive Teile, die nicht lebensfähig sind. Aber diese Immuneffektorzellen, die leben, die können tatsächlich selbst was tun und selbst sich vermehren und selbst am Leben halten. Aber auch die Geschichte mit den Antikörpern ist noch, weiß Gott, noch nicht zu Ende. Das Erste hatte ich Ihnen schon gesagt, dass wir die Antikörper koppeln mit einer Chemotherapie, die durch den Antikörper dann zielgerichtet zu den bösen Zellen transportiert wird und die Zellen attackiert. Die Menge an Chemotherapie in oder an diesen Zellen dann immens hoch ist. So eine Höhe, eine Dosierung, die wir im Gesamtkörper überhaupt gar nicht verkraften würden. Aber da die direkt an den bösen Zellen sind, dort wirken sie und der restliche Körper bekommt davon so gut wie gar nichts mit. Das Zweite ist eine ganz neue Sache, gerade beim Myelom, hoch spektakulär, sogenannte bispezifische Antikörper. Das sind jetzt Antikörper, die nicht mehr ein Eiweiß an einer Zelle, an einer Plasmazelle fassen, sondern noch einen zweiten Arm haben und mit dem zweiten Arm fassen sie sich jetzt eine Immuneffektorzelle. Bis jetzt war es so, ich habe einen Antikörper gegeben, der hing da drauf und er hat dann gewunken und sagt, hallo, hallo, hier bin ich, komm mal eine vorbei und hilf mir bei der Abtötung dieser Plasmazelle. Jetzt ist das gekoppelt, dass sich nämlich dieses zweite Ärmchen eine dieser T-Zellen packt und T-Zelle und Plasmazelle zusammenführt und sagt, so und jetzt tut mal was. Und das tun die auch, das tun die mit allergrößtem Erfolg. Wir haben jetzt in der vergangenen Woche oder in den letzten fünf, sechs Tagen war ja der amerikanische Hämatologen-Kongress, also quasi die Weltveranstaltung für diese Erkrankung auch. Da haben wir, ich glaube, ein halbes Dutzend oder zehn oder fast ein Dutzend verschiedene bispezifische Antikörper gesehen, die dieses Phänomen ausnutzen. Und es ist deswegen so faszinierend, diese bispezifischen Antikörper wurden eingesetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Patienten alles, was wir sonst so in der Apotheke kaufen können, für die Erkrankung alles schon hatten. Die Patienten hatten sechs Vortherapien. Die waren auf alles, wie ich sagte, refraktär. Das heißt, das wirkte dann nicht mehr. Und dann haben wir diese bispezifischen Antikörper eingesetzt als Monotherapie. Nicht mit fünf verschiedenen Sachen noch dazu und auch nicht mit Kortison, sondern so verabreicht. Und zwei Drittel der Patienten, manchmal drei Viertel, manchmal 80 Prozent der Patienten haben angesprochen. Das ist viel mehr, als wir von den bisherigen Substanzen als Monotherapie kennen. Sei es Revlimid, Pomalidomid, Kafilsmit, auch Daratumumab. Als Monotherapie haben wir da Ansprechen gesehen von 30, 40 Prozent vielleicht, wenn es überhaupt 40 Prozent waren. Hier sehen wir Ansprechen bis zu 80 Prozent. Und diese Ansprechen, das ist nicht nur so, dass die Erkrankung ein bisschen besser wird, sondern bei zwei Drittel der Patienten, die so behandelt wurden, war die Erkrankung zu über 90 Prozent beseitigt. Und dieser Effekt ist auch anhaltend. Die Nachbeobachtungszeit ist noch nicht ausreichend lang, um abzusehen, wie viel im Durchschnitt erreicht wird, weil im Moment in einigen Studien von, in der einen Studie waren es 26 Patienten, da haben 22 nach neun Monaten noch gar keinen Rückfall gehabt. Das heißt, die Zeit der Rückfallfreiheit geht noch weiter. Wir haben jetzt die ersten Ergebnisse, wo wir rückfallfreie Zeiten gesehen haben von knapp einem Jahr. Das in der Siebtlinie, bei fast keiner anderen bösartigen Erkrankung gibt es überhaupt sieben Linien. Und hier haben wir in der Siebtlinie eine derart hohe Effektivität von diesen Substanzen. Aber nicht nur damit, dass wir Substanzen haben, die effektiv sind, sondern sie haben auch eine gute Verträglichkeit. Die Studien laufen parallel dahin, dass wir die Nebenwirkungen, die diese haben, manchmal auch so ein Zytokinsturm, also mit Fieber, manchmal Luftnot und so was, dass das abgemildert wird. Das läuft parallel in diesen Studien schon, dass wir mit vorsichtigen Dosierungen beginnen, dass die Nebenwirkungen viel geringer sind. Und dass diese Medikamente, Großteil der Studien zumindest hat es schon so durchgeführt, Subkutan, also unter die Bauchhaut gespritzt verabreicht werden können. Das sind wichtige Schritte in Richtung ambulanter Therapie. Nicht nur eine effektive Therapie, sondern auch eine bequem durchzuführende Therapie. Vielleicht müssen wir die ersten 1, 2, 3 Gaben noch im Krankenhaus hier durchführen. Aber wenn das gut funktioniert, die Nebenwirkungen treten ganz überwiegend bei den ersten 1, 2 Gaben auf, dass man dann in der ferneren Zukunft diese Substanzen auch einfach beim niedergelassenen Hämatologen verabreichen kann. Aber diese Daten, das ist der Haken, der ganz große Haken an meinem Vortrag, diese Substanzen sind jetzt in der Entwicklung. Und wie ich gesagt habe, wir müssen Studien durchführen, die nicht nur nach der Effektivität kommen, sondern auch quantifizieren, wie groß ist der Nutzen und wie groß sind die Nebenwirkungen. Und diese Studien, diese sogenannten Phase-3-Studien, die fehlen noch. Die laufen jetzt an und auch in deutlich früheren Therapielinien, weil wir alle derart überzeugt sind von dieser Wirkstoffkombination, wollen wir das in der nahen Zukunft auch bei Patienten einsetzen, die noch keine Vorterapien haben, die erst gar keinen Rückfall mehr bekommen sollen, zum Beispiel. Aber die größte Not besteht bei Patienten, die schon viel Therapie gehabt haben. In der ersten Linie ist es so, dass wir mittlerweile Krankheitsfreiheiten im Durchschnitt, das sind Durchschnittswerte, das ist für den Einzelpatienten, heißt es gar nichts. Das kann immer kürzer oder länger sein. Aber im Durchschnitt haben wir mittlerweile krankheitsfreie Zeiten von 5, 6, 7, 8 Jahren. Da sind wir schon recht gut aufgestellt. Bei Patienten, die 5, 6, 7 Vorterapien hatten, da sieht es deutlich schlechter aus. Und da, wenn diese Antikörperkombinationen erst mal etabliert sind, das ist eine tolle Sache. Und da führen wir Studien durch. Wir führen auch im Frühjahr nächstes Jahr, fangen wir hier auch eine Therapie an. Wir haben aber auch eine Patientin, die so einen bispezifischen Antikörper schon bekommt, wo wir dann schon mal die Nebenwirkung kennenlernen. Aber da wird sich im nächsten Jahr sehr, sehr viel tun. Das Letzte sind die sogenannten KT-Zellen, für die es auch einen ganz gewaltigen Hype gibt. Ganz viele sprechen über sogenannte KT-Zellen. Was ist das? Das ist von der Herstellung was extrem Aufregendes. Wir entnehmen nämlich dem Patienten seine Immuneffektorzellen, diese T-Zellen, die sozusagen persönlich die bösen Zellen attackieren können. Und die werden, wie gesagt, entnommen und in Spezialfirmen gentechnologisch so modifiziert, dass diese T-Zellen nicht irgendwas tun, sondern ganz genau auf Oberflächenstrukturen der Plasmazellen gerichtet sind. Also die werden dagegen scharf gemacht. Die werden trainiert, genau die bösen Zellen zu attackieren. Und sie haben auch ebenfalls gentechnologisch eingeführt, ein Verstärker, dass das, was sie sowieso tun würden, noch verstärkt wird. Das ist in höchstem Maße effektiv. Wir haben auch hier bei stärkst vorbehandelnden Patienten unglaublich tolle Ansprechraten von 80, 90 Prozent und auch krankheitsfreie Zeiten mittlerweile von zwei Jahren. Der Haken bei den KT-Zellen ist zweierlei. Zum einen diese spezial trainierten T-Zellen tun manchmal zu viel des Guten und tun das manchmal derart überschießend, dass es doch erhebliche Nebenwirkungen gibt. Und im Moment auch schwerwiegende Nebenwirkungen, wo einzelne Patienten auch auf Intensivstationen landen. Diese Therapie also sicherlich auch in weiterer Zukunft noch im Krankenhaus und sicherlich auch in Spezialzentren durchgeführt werden. Also es gibt in Deutschland, glaube ich, im Moment 24 Zentren, die solche Therapien durchführen können. Auch wir hier in der Asclepius-Klinik in St. Georg können diese KT-Zelltherapie bei Lymphomen im Moment durchführen. Da komme ich zum zweiten Problem. Die Firmen kommen gar nicht hinterher, diese KT-Zellen zu produzieren. Die müssen sehr aufwendig, sehr individuell für jede. Jede Patient kriegt sein eigenes Medikament produziert in den USA, muss darüber geschickt werden. Das dauert zwei Monate, bis es wiederkommt als Medikament. In den zwei Monaten kann viel passieren. Aber selbst wenn das funktioniert, die Firmen können einfach nur nicht genug herstellen, sodass wir in Deutschland einzelne Patienten, wirklich einzelne. Wir hätten das für tausende von Patienten einsetzen können, aber es sind einzelne. Sodass ich glaube, dass diese bispezifischen Antikörper das, was sie tun, gar nicht so viel schlechter machen, aber mit erheblich wenigem Aufwand, sodass möglicherweise diese bispezifischen Antikörper schneller zu einer Lösung unseres Problems der Behandlung von Myelom-Patienten, aber auch von anderen. Mein Vortrag geht ja nicht nur ums Myelom, sondern auch um von anderen hämatologischen Erkrankungen besser und schneller in den Griff bekommen als diese KT-Zellen, wo wir in den nächsten Jahren noch lernen müssen, die Nebenwirkungen insbesondere weiter zu reduzieren bei weiterer Entwicklung der Wirksamkeit. Die Wirksamkeit ist nämlich im ersten Moment, wenn diese T-Zellen verabreicht werden, in den nächsten Wochen immens hoch. Aber bei einzelnen Produkten verliert sich das dann auch über die Monate und ist dann nach einigen Monaten auch wieder verschwunden, regelrecht wie so ein Strohfeuereffekt. Und dass dieses Feuer weiter brennt, was den Patienten vor seinen bösen Zellen schützen soll, daran wird im Moment gearbeitet. Und da werden wir die nächsten ein, zwei Generationen dieser KT-Zellen noch abwarten, um noch besserer, um das beste Produkt zu bekommen. Die Zukunft der Immuntherapie ist, dass wir diese Immuntherapie nicht nur alleine einsetzen, sondern wie bei dem Daratumumab, wie ich zwischenrein gezeigt habe, den Effekt von drei, vier Monaten steigern können auf 60 Monate, auf über 60 Monate durch die Hinzunahme anderer altbekannter Substanzen, die wir schon seit Jahrzehnten kennen, deren Potenzial aber jetzt erst so richtig wahrgenommen wird. Also Kombination, um die Wirkung jeder Einzelsubstanz zu verstärken, nicht nur additiv, wie wir sagen, also nicht drei Monate und vier Monate sind sieben Monate, sondern drei Monate und vier Monate sind 60 Monate. Das ist das Ziel, dass die sich derart ergänzen, dass sie weitaus mehr bringen als die Einzelsubstanzen. Dann arbeiten wir aber parallel auch an der Verminderung der Nebenwirkung. Die Nebenwirkungen sind ein erheblicher Punkt der Entwicklung dieser Substanzen, dass wir von Anfang an schon die Dosis so wählen oder die Dosis so aufbauen, dass wir die geringstmögliche Nebenwirkung haben. Und natürlich neue Zählstrukturen. Wie ich gesagt habe, wir attackieren in erster Linie dieses CD38 mit dem Daratumumab oder Isatuximab, beides CD38-Antikörper, in frühen Therapielinien, in den späteren Therapielinien nutzen wir als Oberflächenstruktur diese sogenannte BCMA. Aber das sind zwei Strukturen. Und wie ich gesagt habe, die Tumorzelle kann sich wehren gegen solchen Angriff und dann werden die Tumorzellen resistent. Und deswegen ist es so schön, dass wir mittlerweile eine ganze Reihe, wie Sie hier lesen können, eine ganze Reihe von neuen Oberflächenstrukturen, neuen Oberflächenantigenen haben, gegen die jetzt auch nach und nach diese bispezifischen Antikörper, normale Antikörper, Medikamentengekoppelte Antikörper und KT-Zellen entwickelt werden, damit wir, wenn die Tumorzelle sich wehrt, wenn die Tumorzelle uns ausweichen will bei unserem Angriff, dann auf einem anderen Weg sie erreichen können. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es ist so, wir sitzen hier in Altona, ich will rüber nach Finkenwerder, da gibt es einen Bus. Sicherlich eine super Idee, das haben wir immer gemacht. Alle sind mit dem Bus gefahren und alle sind mit dem Bus hinterher gefahren und der nächste Bus ist auch noch super. Aber was wir jetzt haben, ist die Entdeckung oder die Überzeugung, dass man vielleicht auch mit dem Auto darüber, mit dem Privat-Pkw rüberfahren kann, wenn der Bus vielleicht eine Panne hat oder die Busfahrer streiten oder mit der Fähre rüberfahren kann. Wir laufen rund an die Elbe, fahren mit der Fähre rüber. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem auf die Elbe ist zugefroren, ich kann nicht mit der Fähre fahren, dann kann ich wieder mit dem Bus fahren. Und genau das ist das, was die Zukunft der Immuntherapie ist, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben, um jedem Versuch der bösen Tumorzellen auszuweichen, was entgegenhalten können und die Tumorzellen wieder einfangen können, sie attackieren und abtöten können, damit die Erkrankung im Griff bleibt. Und wenn diese Therapien wenig Nebenwirkungen haben, dann wollen wir sie auch schon früh in der Therapie einsetzen, damit bereits von der ersten Linie am besten die Erkrankung überhaupt nicht mehr wiederkommt. Dass wir von Anfang an die Erkrankung komplett abtöten und die Patienten heilen. Das ist natürlich die Zukunft in die große Hoffnung. Die wir wirklich alle haben für dieses Patienten. Und Sie sehen es hier. Mein Freund Bart Barlogy aus den USA hat diese Hoffnung sogar als Kennzeichen auf sein Motorrad. Cure Myeloma, heile das Multiple Myeloma, das ist sein Motorrad-Kennzeichen. Also wir sind damit mit Herz und Seele wirklich dabei, neue Sachen zu entwickeln und herauszufinden, wie wir die Therapie optimieren. Und das können wir nur im Rahmen von klinischen Studien. Wir haben bahnbrechendes erreicht bei der Behandlung von Multiple Myeloma, von Lymphoma und Leukämien. Dazu brauchen wir die Studien, um das, was wir hoffen, das, was wir glauben, zu beweisen, dass die Medikamente zugelassen werden und dass wir sie dann weiter erfolgreich einsetzen können. Darum bitte ich, wenn es Studien gibt, nehmen Sie teil und ich danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Schönen Abend. Also ich habe das jetzt hier auf mein abschließendes Dia gar nicht drauf gemacht. Selbstverständlich können Sie mich direkt erreichen hier in der Klinik. Meine E-Mail-Adresse ist h.salwender mit einem a at asklepios.com. Sie können natürlich auch jederzeit sich einen Termin geben lassen, hier in der Ambulanz in Altona oder in St. Georg und einfach in der hämatologischen Abteilung anrufen. Dort die Ambulanz geben lassen, bekommen Sie auch einen persönlichen Termin, wo ich dann auf Ihre persönliche Situation eingehen kann und Ihnen sagen kann, was für Sie persönlich in Frage kommt. Und wie gesagt, sonst verweise ich noch über einen noch größeren Überblick über die Behandlung des multiplen Myeloms auf unsere Veranstaltung im Mai, wie ich gesagt habe, Sonntag, 22. Mai, wo ich mit Professor Goldschmidt nochmal auch die anderen Strukturen oder die Studien en Detail nochmal präsentieren werde. Und nicht nur diese wenigen Auszüge, die ich hier als Aufhänger gewählt habe, um Ihnen das Prinzip der Immuntherapie zu erklären. Oh, jetzt geht's los. Gibt's, wie kann man die über das Mikro stellen, die Fragen? Hier fragt einer, ob er über das Mikro stellen soll oder ob er im Chat schreiben soll. Im Chat besser. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Also im Moment war ich scheinbar erschöpfend mit meinen Ausführungen und es gibt noch nicht allzu viele Fragen. Also wie gesagt, falls das jetzt hier nicht funktioniert oder ich sag's nochmal, es ist vielleicht wirklich sinnvoll, dass Sie mich dann persönlich ansprechen für Ihre persönlichen Probleme, dass wir für Sie persönlich und individuell eine Lösung finden. Anhand dessen, was ich Ihnen gerade geschildert habe, aber auch mit Möglichkeiten, die über diese Immuntherapie hinausgehen, die es ja auch gibt. Wir setzen ja noch Chemotherapie zum Beispiel ein, alles sehr gezielt und alles mit Sinn und Verstand. Hier habe ich was. Also die Auswahl der Therapie hängt zum ganz großen Teil davon ab, wie Sie zugelassen sind. Es gibt Therapien, wir haben im Moment Therapien zum Beispiel das Selenexo oder das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Medikamenten, diese Medikamenten, die koppelte Antikörper, dieses Belanthamaphmophilotin. Das ist, die beiden sind erst zugelassen nach vier Vortherapien. Da verlangt die Krankenkasse, dass wir erst andere etablierte, erfolgreiche Therapien vorher machen, bevor wir diese Substanzen einsetzen. Soviel zu der Frage und natürlich hängt das auch immer davon ab, wie war die Vortherapie, wie war die Verträglichkeit? Gibt es Begleiterkrankungen? Hat der Patient Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Hat er neurologische Erkrankungen? Da können wir aus dieser großen Flut, wir haben ja acht, neun, zehn verschiedene Möglichkeiten, sie zu behandeln, auswählen, was für Sie aktuell jeweils das Sinnvollste ist im Gesamtlichte bis hin zu Ihren persönlichen Umständen. Und wenn es für Sie jetzt wichtiger ist, eine tablettenbasierte Therapie einzunehmen, dann kann man auch da was auswählen. Alles hat irgendwie Vor- und Nachteile, aber wir haben im Moment viele Therapien, die überwiegend Vorteile haben. So, dann geht es noch darum, ob bei der Hochdosis-Therapien die Präparate, die wir entnehmen und wieder zurückgeben, gereinigt werden. Das hat man tatsächlich früher gemacht, dass man bei der Entnahme von Stammzellen früher die Plasmazellen versucht hat, herauszureinigen. Und was man gesehen hat, dass die Patienten anschließend zu 25 Prozent schwerwiegend teils lebensbedrohliche Infektionen bekommen haben. Offensichtlich hat man nicht nur die Plasmazellen rausgereinigt, sondern auch diese Immuneffektorzellen, die wir jetzt hier, wie ich gerade vorgetragen habe, deutlich besser kennen. Was wir auch wissen, was wir auch gesehen haben, ist, auch ohne diese Reinigung kommt oder kam der Rückfall nicht früher oder später. Und wir glauben, dass vor der Hochdosis bekommen die Patienten ja eine Vorbehandlung über drei, vier Monate, dass da die Plasmazellen schon derart geschädigt werden, dass sie, wenn sie dann auch noch eingefroren werden, was ja nochmal Stress ist für diese Zellen, zwar vielleicht noch irgendwie sichtbar sind, aber nicht mehr vermehrungsfähig. Wir wissen ja, Leben ist es ein, sich vermehren zu können, ist noch was anderes. Und so, das scheint der Fall zu sein. Wir sehen Patienten, die auch ohne diese Reinigung nach Jahren, in Jahrzehnten nach Hochdosen noch keine Rückfälle haben. Und deswegen ist die einheitliche Meinung, dass man das nicht tun sollte, weil diese Reinigung durchaus auch Risiken wirkt. So, aber ich gucke mal, ob es noch weitere Fragen gibt. Wann gehen wir mal aus? Also jetzt geht es darum, also jetzt geht es so ein bisschen dahin und her, wann diese Therapien zugelassen werden. Und auch in welcher Therapielinie. Also diese eine KT-Zell, diese Siltacell wird sicherlich nächstes Jahr zugelassen werden, aber da erst nach einer stärkeren Vorbehandlung. Und die Studien, diese Substanzen in der Erstlinie oder in der Zweitlinie einzusetzen, die laufen jetzt zweifelsfrei. Das Problem ist, wenn man das Problem nennen kann, dass bei einem jüngeren Patient, wir mittlerweile mit einer optimierten Vorbehandlung und Hochdosis-Therapie und einer sinnvollen Erhaltungstherapie bei einer krankheitsfreien Zeit von acht Jahren, neun Jahren sein können. Und diese KT-Zellen sich dem stellen müssen. Also diese KT-Zellen, auch das Siltacell, hat im Moment eine krankheitsfreie Zeit von zwei Jahren. Natürlich bei stärkst vorbehandelnden Patienten. Aber wir wissen nicht, ob das bei Erstbehandlung besser ist. Es kann sein, wir glauben das. Aber da müssen wir erst Studien machen. Und diese Studien können natürlich relativ lange dauern, weil auch die bisherige Therapie oder das, was wir aktuell einsetzen können, seit das Daratumumab auch bei jüngeren Patienten zugelassen ist, schon so erfolgreich ist. Und man natürlich entsprechend lange warten muss, bis man da Unterschiede sieht. Es gab jetzt gerade bei einem Kongress eine optimierte Therapie für junge Patienten mit Hochdosis. Da hatten nach drei Jahren 90 Prozent der Patienten noch keinen Rückfall. Die waren also rückfallfrei am Leben nach drei Jahren, 90 Prozent. Und wenn Siltacell oder diese KT-Zellen besser sind, wie viel Krankheitsfreiheit nach drei Jahren soll denn gezackt werden? 95 Prozent? Also da ist nicht der große Sprung möglich. Das heißt, wir müssen sicherlich länger als drei Jahre warten. Und deswegen, glaube ich, wird die Zulassung in diesen frühen Therapie-Lehnen noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil wir verwöhnt sind, weil wir da gute Möglichkeiten haben. Bei den Patienten, ich habe es gesagt, die Zahlenwerte, die ich nenne, sind Durchschnittswerte und betreffen immer nur den 50. von 100 Patienten. Und 50 Prozent haben früher einen Rückfall. Die wenigen Patienten, die schnelle Rückfälle haben nach Hochdosis-Therapie, die im katastrophalen Fall nach einem halben Jahr vielleicht schon einen Rückfall haben, da sieht es natürlich ganz anders aus. Das sind Patienten, wo wir neue Substanzen testen müssen. Und das passiert ja jetzt auch gerade. Und da kann es sein, dass nach ein, zwei, drei Vortherapien bereits diese Substanzen in Bälde zugelassen werden. So, jetzt überschlagen sich hier die Anfragen. Achso, das mit dem Revlimit, das bekommen Sie jetzt zwei Jahre. Bei dem Revlimit als Immunmodulator ist es so, dass der als Einzeltherapie das Immunsystem im Griff behalten kann. Wenn die Erkrankung erst wieder voll ausgebrochen ist, ist das Revlimit allein relativ wenig wirksam. Da brauchen wir dann wieder Kortison und wieder einen Antikörper dazu. Und deswegen ist, wenn die Erkrankung im Griff ist, das ist meistens der Fall nach der Hochdosis-Therapie, sinnvoll, das Revlimit länger einzunehmen. Mindestens zwei Jahre. Wir haben selbst eine Studie durchgeführt in der GMMG-Studiengruppe in Deutschland. Es ist sicherlich sinnvoll, es zwei Jahre zu nehmen und nicht kürzer. Wie groß der Nutzen ist, es über zwei Jahre hinaus zu geben, ist nicht so eindeutig untersucht. Und da muss man dann abwägen. Also ich spreche immer nach zwei Jahren drüber, wie die Nebenwirkungen sind, ob man das Medikament weitergeben will oder einfach nur weiter kontrolliert. Also ich glaube, jetzt werden die Fragen schneller gestellt, als ich sie lesen kann. Oder ich darf nicht mehr so lange antworten. Ja, also eine sehr gute Frage hier jetzt gerade zum Schluss. Die HD7-Studie, ich habe Ihnen ja die HD6-Studie gezeigt, die, ich will jetzt nicht sagen, mit keinem Ergebnis abgeschlossen wurde, sondern wir haben gesehen, dass die Standardtherapie bereits so gut war, dass die Hinzunahme des Antikörpers nicht noch mehr bewirkt hat. In der HD7-Studie, wo wir nicht das Elotuzumab eingesetzt haben, sondern ein CD38-Antikörper, nämlich in dem Fall des Isatuximab, da haben wir, das war einer, mit Stolz verbunden, einer der wichtigsten Beiträge jetzt gerade beim amerikanischen Hämatologenkongress, konnten wir zeigen, dass die Hinzunahme dieses CD38-Antikörpers einen erheblichen Zugang gebracht hat. Wir haben nämlich geschaut, bei Patienten mit tiefstem Ansprechen, also bei Patienten, bei denen die Erkrankung komplett weg war, nicht nur mit Knochenmark-Analyse, sondern auch mit weitergehenden Untersuchungen, mit der sogenannten Bestimmung der minimalen Resterkrankung. Selbst auf diesem Level war nichts mehr zu sehen und das war signifikant, wie wir sagen, also statistisch nachweislich eindeutig besser durch die Hinzunahme, sodass die Hälfte der Patienten am Ende dieser Vorbehandlung, vor Hochdose bereits, um überhaupt nichts mehr von ihrer Erkrankung vorzuweisen hatte. Also super Ergebnis und das wird sich sicherlich durchsetzen. Es gibt ja bereits eine zugelassene Kombination mittlerweile für die Induktion mit Daratumumab und VTD. So, jetzt geht es weiter. Gut, was dann mit dem Revlimit? Eben habe ich es noch gerühmt. Revlimit macht auch Nebenwirkungen, auch in der niedrigen Dosierung, eine Unterdrückung der Blutbildung. Da muss man sagen, da muss man abwägen. Wir wissen gar nicht, wie wenig von dem Revlimit genügt. Es ist ja nicht, eben gerade nicht wie Chemotherapie, wo es darum geht, so viel wie möglich in den Patienten reinzubekommen und viel hilft viel, sondern bei diesen Immunsubstanzen ist möglicherweise nur so ein bisschen ein Anstoßen des Immunsystems ausreichend. Und deswegen ist es so, wir haben eine Standarddosis bei dem Revlimit als Erhaltungstherapie von 10 Milligramm. Wenn wir da aber eine Beeinträchtigung der Blutbildung sehen, reduzieren wir die Dose auf 5, 2,5 Milligramm. Das heißt nicht, dass das jetzt nur halb oder ein Viertel so gut ist, sondern möglicherweise genügt diese Dosierung vollkommen aus, um das Immunsystem zu aktivieren oder bei Laune zu halten, um die Plasmozellen im Griff zu behalten. Also jetzt, wir haben ganz viele Fragen und ich werde sie sicherlich nicht alle beantworten können, allein schon mal deswegen, weil ich mit meinem kaputten Arm die gar nicht alle hier wieder runterscrollen kann. Deswegen bitte, 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 wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie mein Angebot an, schreiben Sie mir hier h.salvenda mit einem a at asklepios.com und dann werde ich Ihnen, soweit ich in der Lage dazu bin, Ihre persönliche Frage auch persönlich beantworten. Wie gesagt, auch das Angebot besteht, dass Sie persönlich kommen und wir uns hier vor Ort sehen und besprechen. Was habe ich hier mit dem Revlimit? Gut, da gibt es jetzt, glaube ich, eine ganze Reihe von Fragen. Und ich habe eine Stammzahl. Gut, also ganz viel zu dem Revlimit, weil das einfach ein bekannter Immunmodulator ist und schon so lange eingesetzt wird und viele Patienten. Ich habe eine Patientin zum Beispiel, die bekommt das Revlimit seit jetzt knapp zehn Jahren. Natürlich in nur noch winziger Dosis und nur noch jeden zweiten Tag, aber sie hat es nicht als Erhaltungstherapie bekommen nach Hochdosis, sondern im Rückfall. Also der Rückfall wird im Moment bereits seit zehn Jahren erfolgreich behandelt mit einer minimalen Dosis und Revlimit. Übrigens auch mit Elotuzumab. An der Stelle hat das Elotuzumab in immens großen Nutzen gezeigt gehabt. Und diese Kombination führte dazu, dass wir die Erkrankung trotz Rückfall nach Hochdosis-Therapie so gut im Griff haben. Und deswegen tun wir uns natürlich schwer, das Revlimit ganz abzusetzen, weil wir wollen natürlich nicht riskieren, dass das Ganze aufflammt. Aber selbst wenn die Erkrankung aufflammt, haben wir, wie ich heute, glaube ich, zeigen konnte, eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten aktuell zur Verfügung, aber auch am Horizont. Und je länger wir warten, werden wir bessere Produkte bekommen. Besser bezogen auf die Wirksamkeit, aber auch besser bezogen auf wen ich hier nebenbekommen. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank. Nehmen Sie meine Angebote wahr. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.